Muttermilch gibt Ihrem Baby alles, was es braucht, um sein Immunsystem zu entwickeln. Auf Basis von 40 Jahren Forschung ist Abtamil die beliebteste Folgemilch in Deutschland. Die einzige Folgemilch mit Omega-3 und 6-LCPs und Cosphos. Abtamil-Volgemilch unterstützt das Immunsystem Ihres Babys. Abtamil – heute für morgen vorbereiten. Psst, jetzt entdecken! Das Abtamil-Abendfläschchen – die Folgemilch speziell für den Abend. Abtamil-Abendfläschchen – die Folgemilch in Deutschland.